Ja hallo, hoher Besuch oder was? Du hast nicht mehr Laufstrasse. Servus, Herr Teubler. Etwas zum Lesen für Sie. Das Buch mit Kampf kenne aber schon. Nii. Wenn Schnee kannst du auch kalten, ja. Ich lass mir von dir nicht mehr länger ans Bein schiffen. Kündigungsvertrag ab morgen gültig. Bitte lesen, Sachen packen und Arrivederci. Na super, dann sagst du mir einen gar unter, ob ich das machen soll. Ich kann dir zwei auch sagen, was du willst. Der eine Herr Stradovich und der andere Herr Nagy. Grüße, angenehm. Auch keine Renten-Deutschen, was? Nii. Willst du mich jetzt hauen, oder was? Das ist nicht unsere politische Art, Herr Teubler. Wir hauen nicht, wir lassen hauen. Achso, man sieht, drum hab ich in der Politik nie was geließen. Ja, nehm ich selber. Guck mal, da wirst. Was ist denn das? Unterradfahrer. Grüße. Gern die Hütten da. Äh, ihr. Und worum geht's dir heim? Schönen Gruß von meinen kleinen Brüdern. Da! Schönen Gruß von meinen Negani, die wir doch von nicht besitzen! Du hast des Scheisshausflasst, ey! So gut, ich seid ziemlich schief. So kleine Brüder. Ich bin glücklich, du musst dich zu weichern! Die baut das hier! Untertitelung. BR 2018